Hallo und herzlich willkommen zu den Postillon Video News. Der Konsum, Besitz und Kauf von Cannabis soll in Deutschland schon in Kürze legal sein. Nun hat sich eine Interessengruppe zu Wort gemeldet, die sich besser als viele andere mit der Thematik auskennt. Mit deutlichen Worten hat die Gewerkschaft Deutscher Dealer, kurz GDD, vor den Plänen der Ampelkoalition gewarnt, Cannabis zu legalisieren. Wir trafen Gewerkschaftssprecher Leo M., der sich vor allem um den Verlust zehntausender Jobs sorgt. Alle Experten sind sich einig, dass durch die Legalisierung die Nachfrage bei den traditionellen Dealern einbrechen wird. Und das nicht nur in den Park oder in den dunklen Gassen oder in den Wohnzimmern. Es ist auch so, dass die meisten Menschen seit ihrer Jugend dealen. Wollen wir wirklich deren Existenz zerstören? Befürchtet wird, dass auf Dauer kleine Dealer durch große gewerbliche Anbieter verdrängt werden. Wer kauft denn noch freiwillig illegal in einer dunklen Gasse, wenn man in einen legalen Laden gehen kann? Wobei wir meistens auch nur eine unbekannte Sorte Weed haben und nicht 50 oder 60 genau gekennzeichnete Variationen anbieten können. Langfristig befürchten die Dealer durch die Legalisierung sogar den Wegbruch eines weiteren wichtigen Geschäftsfeldes. Wenn die Cannabiskunden wegbleiben, dann wird es auch schwieriger, Neukunden zu gewinnen für die härteren Drogen. Weil wir keine gratis Pröbchen mehr rausgeben können. Das ist doch scheiße! Die GDD verweist auch auf soziale Aspekte des traditionellen Einkaufserlebnisses beim Dealer nebenan. Dort können Käufer nach dem Einkauf zum Beispiel noch auf der Playstation zocken oder einfach nur ein paar Stunden abhängen. Das ist doch scheiße! Der cór wird eigentlich ein paar Stunden abhängen. Der kern ist ja auch schon immer ein paar Stunden abhängen. Und jetzt wird das jetzt in der Kirchen. Und das ist doch schon ein paar Stunden abhängen. Vielen Dank.